In letzter Zeit brodelten in der deutschen Unterhaltungsindustrie Nachrichten über die heimliche Liebesbeziehung zwischen zwei berühmten Stars, Florian Silbereisen und Beatrice Eggli. Die Nachricht, dass Beatrice Eggli und Florian Silbereisen heimlich ein eigenes Kind haben, sorgte in der Schlager im Usig-Prentsch-E für Aufsehen. Diese Nachricht überraschte nicht nur die Fans, sondern löste auch eine Explosion in den Medien aus, da beide Künstler ihr Privatleben sehr privat halten. Zuverlässigen Quellen zufolge haben Beatrice Eggli und Florian Silbereisen Anfang des Jahres einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Das berühmte Paar beschloss, diese Informationen geheim zu halten und die Privatsphäre ihrer kleinen Familie zu schützen und einer öffentlichen Kontrolle zu entgehen. Man sagt, dass der kleine Junge viele schöne Eigenschaften von beiden Elternteilen erbaut und in einer liebevollen und fürsorglichen Umgebung aufwächst. Ein enger Freund des Paares teilte mit, Beatrice und Florian sind sehr zufrieden mit dem Aussehen ihres Sohnes. Sie möchten ihm eine friedliche Kindheit vernapptes Rampenlichts ermöglichen. Aus diesem Grund haben sie beschlossen, alles privat zu halten und es nur den ihnen am nächsten stehenden Menschen mitzuteilen. Beatrice Eggli und Florian Silbereisen sind beide talentierte und beliebte Künstler der Schlager-Musikszene. Beatrice hat mit ihrer klaren Stimme und ihrem attraktiven Auftrittsstil die Herzen vieler Fans erobert. Florian ist neben seiner erfolgreichen Gesangskarriere auch ein berühmter Moderator mit Karme und vielfältigen Talenten. Ihre Kombination macht sie nicht nur in den Augen der Öffentlichkeit zu einem perfekten Paar, sondern auch zu bewundernswerten Begleitern im Privatleben. Zuvor äußerten sich Beatrice und Florian sehr privat über ihre Beziehung. Bei öffentlichen Veranstaltungen traten sie selten gemeinsam auf und hielten stets eine gewisse Distanz zu den Medien. Die Tatsache, dass sie heimlich ein eigenes Kind bekamen, wirft jedoch ein Licht auf die starke Beziehung und tiefe Liebe zwischen den beiden. Überall schickten Fans ihre guten Wünsche und Unterstützung an Beatrice und Florian. Viele Menschen äußerten ihre Bewunderung für ihre mutige Entscheidung, die Privatsphäre ihrer Familie zu wahren. Gleichzeitig hoffen sie, dass das Paar sowohl beruflich als auch privat weiterhin glücklich und erfolgreich sein wird. Dies ist ein Beweis dafür, dass Beatrice Egli und Florian Silbereisen, obwohl sie Prominente sind, ihre Familie immer an die erste Stelle setzen und bereit sind, das Beste für ihre Kinder zu tun. Mit der Liebe und Fürsorge seiner Eltern wird der Junge sicherlich eine friedliche und freudige Kindheit haben. Die Geschichte, dass Beatrice Egli und Florian Silbereisen heimlich ein eigenes Kind bekommen haben, bereichert nicht nur die schönen Liebes- und Familiengeschichten der Schlagerszene, sondern erinnert auch daran, dass hinter dem Rampenlicht der Bühne auch Künstler stehen, die private Ecken haben, die sie schützen wollen. In einem verzweifelten Moment während einer Beerdigung war Dick gezwungen, sich auf den Sarg zu stürzen und eine Person zu retten, die darin gefangen war. Als die Trauernden eintrafen, stieß er den Deckel mit einem Krachen auf und zog das Mädchen mit ihren gefesselten Handgelenken heraus. Dies war ein verzweifeltes Spiel, aber das Einzige, das er spielen konnte, um sie zu retten.